Musik Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie hier recht herzlich zur telemedialen, spirituellen Lebensschule von Thomas G. Hornauer. Und ich als Stellvertreter der Berater darf Sie hier recht herzlich begrüßen. Ja, ich habe die Ehre, Sie als Vertreter der Studioperater hier heute Abend recht herzlich willkommen zu heißen. Denn der Veranstalter dieser Sendung ist Kanal Telemedial in Wien. Und Gastgeber hier heute Abend ist die B2C. Und wir haben auch eine Vertreterin der B2C, die Jennifer, hier heute Abend bei uns. Hallo Jennifer. Und ja, ansonsten fangen wir an mit der Vorstellung der Berater, die hier heute Abend da sind. Und darf ich vielleicht, darf ich vielleicht, ja, wo fangen wir an, wer mag, auf welcher Seite? Christine, Christel? Ja. Okay. Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Christel Walter. Ich lege Karten seit etwa über 20 Jahren, bin für alle Fragen offen, Sie können mich alles fragen. Ja. Ich lade Sie herzlich zu Fragen ein, die ich gerne beantworte. Die Nele, bitte. Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Nele und ich bin spirituelle Lebensberaterin. und spreche, würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wenn Sie ein seelisches Tief oder ein körperliches Tief haben. Und mit Hilfe meiner Seelenastrologie möchte ich Sie dort abholen. Wir können dort Ihre Stärken und Schwächen, aber auch Ihre verborgenen Schätze entdecken. Und auf einen anderen Ruf würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Hallo und guten Abend. Mein Name ist Annette Helmer. Ich bin Heilerin, Mystikerin und Magierin. Und mein Hauptanliegen ist es, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen, damit Sie wieder Ihr eigenes Leben leben und nicht nur das Gefühl haben, von außen gelebt zu werden oder schlimmstenfalls einfach nur zu überleben. Ich freue mich, Sie heute Abend ein Stück auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Dankeschön, Annette. Herr Wolfgang. Ja, guten Abend. Hier ist Wolfgang Weltin. Ich lege Karten, kann Ihnen aber auch unterstützen. Zur Seite stehen, in Form durch Energiearbeit und Unterstützung. Kann Sie aus dem Tief raus, ich beschwerge Sie in Ihrem Willen, dass Sie in Tieflagen oder in Schräglagen wieder auf die Beine kommen. Also ruft Sie hier an. Dankeschön, Wolfgang. Und den Aage? Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Anrufer, liebe Zuschauer. Mein Name ist Aage Wolter. Mein Name ist Aage Wolter. Ich bin seit 21 Jahren professioneller Kartenleger mit den Lenormo-Karten. Bei mir bleibt keine Antwort offen. Ich antworte auf jede Frage. Und Schwerpunkt ist bei mir die Thema Ehepartnerschaft und natürlich auch das Thema der Diät. Ein ganz, ganz großes Thema. Sie können mich aber auch fragen, wie das Finanzielle bei Ihnen weitergeht. Gesundheitlich selbstverständlich auch. Ich freue mich nachher auf Ihre Anrufe. Bis gleich. Dankeschön, Aage. So, vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person, liebe Zuschauer. Ich bin der Uwe. Und mich können Sie ebenfalls in allen Fragen, die Sie belangen, die Sie betreffen, gerne anrufen. So, und mein Bestreben ist immer, dass ich Sie da abhole, wo Sie stehen. Das heißt, in der Situation erst mal gucken, was bei Ihnen ist und wir dann gemeinsam einen Lösungsweg finden. So, für hier heute Abend darf ich vielleicht noch mal sagen, dass wir hier gemeinsam in einer Lebensschule sitzen. Dass es darum geht, dass wir hier an diesem Orange Table Fragen zum Leben, spirituelle Fragen zum Leben herüberbringen und versuchen, hier ein Thema oder Themen, die Sie im Leben betreffen, aufzugreifen und hier am Tisch erörtern. Ja, liebe Zuschauer, was tun wir hier in den vergangenen Tagen? Im Prinzip geht es um eine neue Art von Fernsehen. Es geht um das Mehrwertfernsehen. Es geht um eine Erfindung von Thomas G. Hornauer. Und hier ist es so, dass wir versuchen, durch diese Schule hier am Orange Table etwas für Sie, Energie für Sie abzugeben, herüberzubringen. Wir haben gestern schon ein Thema gechannelt bekommen. Sie haben es vielleicht noch in Erinnerung. Es geht darum, um die Frage, Menschen in Extremsituationen, und zwar positiv wie negativ. Menschen in Extremsituationen, wie kann man hier helfen? Wie kann man hier beraten? Was ist hier wichtig? Und heute gehen wir sehr tief in dieses Thema. Das heißt, wir versuchen nicht umfangreich, über dieses Thema zu berichten, sondern wir werden es ganz tief berühren. Wir werden ganz tief in diese für uns alle sehr wichtigen Fragen einsteigen. Wenn wir mit diesem Thema durch sind, haben wir noch eine zweite Frage, die gestern gestellt wurde. Und da ging es darum, was das Geheimnis des esoterischen Wissens ist, das Geheimnis des esoterischen Wissens zu ergründen oder hier bei uns am Orange Table durchzusprechen. Gut, wenn ich mich nicht irre, sehen Sie die Themen auch unten im Laufband bei Ihnen eingeblendet. Und so können Sie sich immer wieder in Erinnerung rufen, worum es geht hier heute Abend. Ich steige mal ein. Ich versuche mal ein bisschen das Thema zu erklären, ein bisschen aufzulockern. Wir haben angesprochen Menschen in Extremsituationen. Extremsituationen gibt es in positiver Form und in negativer Form. Bei uns natürlich sehr stark dominant sind immer die negativen Formen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir damit auch anfangen. Also da geht es um Schicksalsschläge, Menschen, die Schicksalsschläge hinter sich haben oder Menschen, die in Notsituationen sind, ob es jetzt finanzieller Art ist, ob es familiärer Art ist, ob es gesundheitlicher Art ist oder wie auch immer. Vielleicht hat jemand einen Menschen verloren. Und das ist so gemeint mit Extremsituationen. Und hier wollen wir ansetzen mit der Frage, was ist für uns Berater wichtig, was ist hier notwendig, um so jemandem zu helfen? Also zunächst mal die Frage in die Runde. Ist das Thema so verstanden worden, aufgefasst worden? Ja? Okay. So, dann meine Frage. Wer mag vielleicht als erstes was dazu sagen? Es ist ja ein Thema, das uns alle belangt und zwar täglich. Wir beraten alle täglich in solchen Situationen. Und ich denke, da können wir alle sehr schön dazu einsteigen. Der Agel wird gerade noch verkabelt. Das lenkt etwas ab. Nele. Ja, also ich denke, es ist erstmal wichtig, dass man diesen Menschen zuhört, die Ratschläge. Da steckt dann das Wort Schlag auf drin. Also zuerst, denke ich, muss er sich einmal aussprechen können und sein Kummer einfach kommt. Ja. Und das braucht er auch mehrmals und häufiger. Können wir bitte das Mikrofon austauschen? Das scheint nicht zu funktionieren. Entschuldigung. Vielleicht das Mikrofon rübergeben. Danke, ja. Ja, also ich denke, dass zuerst das Gespräch stattfinden sollte, wenn nicht sogar muss, weil dieser Mensch seinen Kummer erstmal mitteilen muss. Und das Bedürfnis hat er sicher häufiger. Und schöner ist es in einer Beratung eher, wenn man den Kontakt halten kann, also sich persönlich gegenübersteht oder sitzt. Weil manchmal viele Worte des Beraters gar nicht so diesen Menschen erreichen, weil er einfach das Bedürfnis hat, sich mitzuteilen. Und da ist es einfach nur wichtig, dass ihm zugehört wird und vielleicht an die Hand nehmen und dadurch seine Anteilnahme auch kundtut. Beim Telefongespräch ist es ja ähnlich. Die Äußerungen, die dann später kommen können, ist dann die Hilfe insofern, dass man das auch verstanden hat, dieses Mitfühlen auch ihm sagt und dann ganz langsam und behutsam versuchen, ihm zu erklären, dass er auch eine Weile dafür braucht, bis er es für sich sozusagen auch verinnerlicht hat. Und wenn er an diesem Punkt eben ist, dass er das schaffen kann, mit Liebe dann auch zu sagen, es war eine schöne Zeit, dass ich diesen Menschen, ich meine jetzt also ein Sterbefall oder wenn jemand einen Menschen verloren hat, dass er dahin kommt, zu sagen, okay, das war eine schöne Zeit. Vielleicht sogar mit Höhen und Tiefen, je nachdem, ob es Kinder oder die erwachsenen Menschen sind, die wir verlieren. Nele, gibt es vielleicht so eine Essenz, wo du sagst, also da gibt es ganz bestimmte Punkte, ein ganz bestimmtes Wissen, das du da vielleicht hast, das du da immer wieder anwendest? Gibt es da... Ja, ich versuche schon zu erklären, dass das alles nicht zufällig geschehen ist in diesem Leben, weil zufällig gibt es ja nicht. Also da steckt ein Wissen dahinter, nämlich, dass es bestimmte Punkte in unserem Leben gibt, denen wir unweigerlich begegnen. Richtig. Und alle Menschen, die dieses Schicksal erleben oder auch miterleben im Umfeld, die Allergiertes etwas an und jeder hat damit etwas zu tun und er wird quasi gezwungen, darüber nachzudenken. Es geht immer um das Gefühl in diesen Fällen und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen nicht so stark entwickelt und dadurch kommt er eben auch ins Gefühl. Ja, das ist ein Hinweis. Also das Schicksal hat da sozusagen eingegriffen. Okay, okay, fein. So, ich habe durchgegeben bekommen, dass das Mikrofon auch wieder funktioniert. Ich gebe es wieder rüber. Okay, also wir halten mal fest aus dem, was Nele gerade gesagt hat, nämlich es gibt Punkte in unserem Leben, denen begegnen wir unweigerlich und wir haben da im Prinzip nur eine Wahl, nämlich, wie wir diese Punkte auffassen, wie wir sie bewerten. Das ist so, wie wir es annehmen können. Ja, genau. Ja, okay. Also es ist ja schon mal sehr wichtig als Grundvoraussetzung für jemanden, der in Not ist oder der eben in einer Extremsituation steckt, dass man da sagen kann, okay, du hast eine Wahl. Du hast nicht die Wahl, dass du dieses Erlebnis an- oder abwenden kannst, aber du hast die Wahl, wie du es siehst, wie du es bewertest und wie du es annimmst. Wolfgang? Also ich denke mal, jeder, der hier am Tisch die spirituelle Entwicklung durchgemacht hat, hat auch solche Momente gehabt. Also es gibt Stresssituationen oder es gab Situationen in meinem Leben, die mich dazu gebracht haben, dass ich mich halt umdrehe, dass ich mich um 180 Grad gedreht habe, dass ich mich esoterischen Themen geöffnet habe, dass ich versucht habe, aus Situationen herauszukommen, mit eigener Hilfe oder auch mit spiritueller Hilfe. Man versucht sich zu behaupten in seinem Leben, man geht einen bestimmten Weg, man bekommt ein, also das ist jedenfalls bei mir so, ich und bei anderen wahrscheinlich auch. Ich habe einen Schutz- und einen Führungsengel und ich habe das Vertrauen in die, dass sie mich immer auf dem richtigen Weg halten. Gut, also da steckt auch ein, glaube ich, gewisser Wissenspunkt, eine Weisheit dahinter, nämlich die Weisheit, dass auch wenn die Situation extrem ist, man nach wie vor eine Verbindung zu seiner höheren Führung hat. Ja, also es kommt nicht gleich, gell, es ist ein Vertrauensaufbau, also es dauert eine ganz lange Zeit, bis man sich darauf verlassen kann. Also bei mir ist es so, dass wenn ich, ich habe immer das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, auch wenn ich manchmal zweifle. Also es geht mir auch hier so, oder das geht mir öfter so, es sind immer Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich muss einfach durch. Ich bin in meinem Leben, also das ist mir schon öfters, ich habe mir heute auch über das Thema allgemein die Gedanken gemacht, ich bin eigentlich immer quer gestanden. Also ich habe, also andere Menschen hatten mit mir mehr Probleme und wollten mich dann immer umbekehren oder umdrehen und es gab dann auch immer Differenzen. Okay, also ich glaube, was wir hier auch noch mitnehmen können ist, was ich rausgehört habe, Wolfgang, Wolfgang, wir haben zwei Pole in uns. Das ist so immer das, was ich gerne auch sage. Aber ich habe es hier rausgehört beim Wolfgang. Wir haben zwei Pole in uns. Das eine, das ist, also wir können uns beiden Polen zuwenden, entweder dem einen oder dem anderen. Das eine ist natürlich der Pol Verzweifeln oder Zweifel, Angst. Nämlich, wenn eine Situation kommt, in die wir gar nicht rein wollen. Und das andere, das ist der Pol Vertrauen. Nämlich zu sagen, also gut, ich merke, ich muss diesen Weg gehen. Mir sträuben sämtliche Nackenhaare, aber ich muss diesen Weg gehen. Ich muss da durch. Und ich vertraue jetzt darauf, dass ich einer höheren Führung angehöre, dass ich eine Verbindung habe zu einer höheren Führung. Und in diesen Vertrauenspol, wenn ich reingehe, dann kann man solche Situationen wesentlich besser meistern. Also jetzt gerade in meinem Fall, es ist halt immer so, es hält sich die Waage. Es ist mal Angst, mal richtig, es ist eigentlich das normale Leben. Also wie andere Menschen auch, gibt es bei mir genauso Zweifel und Zuversicht. Aber es wägt sich ab. Es ist also immer so, man muss für sich selber den richtigen Weg finden. Und ich denke, dass ich da drauf bin. Und wie ich gehe ihn halt und versuche ihn positiv zu gehen. Und es gibt schon auch Zweifel in mir. Also wie bei jedem anderen auch. Aber ich möchte halt nicht verzweifeln an den Zweifeln. Und dafür habe ich halt meinen Schutz und meinen Führungsengel. Ja. Also wir haben gerade ein schönes Stichwort gehört, Schutz- und Führungsengel. Und liebe Zuschauer, wir haben hier am Tisch einige Engel stehen. Sie sehen das. Und, äh, da ist er. So, und wir haben uns heute Abend vorgenommen, und das tun wir hiermit, dass wir die Engel hier heute Abend um ihre Energie und um ihre Führung bitten. wir tun das in der vollen Gewissheit, dass wir geführt sind, dass sie anwesend sind, dass sie da sind. Bei uns hier heute Abend, liebe Zuschauer, und natürlich auch bei Ihnen. Und dass wir im Sinne dieser Engel-Energien verbunden sind. so, noch mal zur Erinnerung, Menschen in Extremsituationen, im Moment negative Extremsituationen, die wir hier heute Abend behandeln, wir haben schon ein paar Punkte herauskristallisiert. Es gibt manchmal nicht die Wahl, dass man eine Situation umgehen kann. Man kommt rein, ob man will oder nicht. Aber man hat die Wahl, wie man das sieht, wie man das bewertet. Man hat die Wahl, zu sagen, gut, da gehe ich jetzt durch und ich gehe ins Vertrauen. Und natürlich kann man auch sagen, ich zweifle, ich widerstrebe, ich kämpfe dagegen an. Das sind Themen, glaube ich, die wir tagtäglich beraten, aber es sind auch Themen, denen wir selber begegnen, als Menschen. Wir sind ja auch nur Menschen. Und insofern frage ich einfach mal hier in die Runde, was es aus der Sichtweise von uns dazu zu sagen gibt. Was für Wissen haben wir hier? Christel, wie schaut es aus? Bitte mit Mikrofon. Das Wissen ist eigentlich in sich selbst, das ist der Glaube. Dass ich vor allem daran glaube. Also nur etwas hören oder sich durchlesen und glauben, man bittet darum, das funktioniert mit Sicherheit nicht. Da muss man schon ins Innere gehen und da sind wir ja bei den Wegen, die einen zu zwingen, nachzudenken. Warum bin ich in dieser Situation? Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist ja auch ein Weg, den man gehen muss, bis man die Tiefe und den Sinn begreift. Daher auch, wenn man das selbst erlebt hat, kann man ja auch die Hilfestellung einen Ratsuchenden geben, leichter geben, leichter erklären, wenn man selbst den Weg gegangen ist. Und ich muss sagen, ich glaube daran, sogar sehr intensiv. Und ich sage immer, man darf nie vergessen, richtig zu bitten, aber auch nie vergessen, sich zu bedanken, wenn man um Hilfe bittet. Und wenn wir um Hilfe bitten, Christel, wem bitten wir dann? Ich bitte eigentlich schon bei meinem persönlichen Schutzengel. Okay. Also haben wir wieder das Stichwort Engel. Aber ich gebe auch meine Bitte ans Universum ab. Das muss ich schon dazu sagen. Und ich mache es auch schriftlich. Also ich schreibe es auch auf. Jeder hat eine andere Vorgangsweise beim Ritual. Und ich vergesse mich nie zu bedanken. Ich habe länger dazu gebraucht, um zu erkennen, warum es einen den Atem nimmt, warum man in der Situation ist und warum man gewisse Begegnungen, Trennungen oder wie auch immer hat. Und heute kann ich auch leichter erklären, jemandem, der in einer Krisensituation ist, wie der Weg ist, um wieder rauszukommen oder warum es so ist. Ich glaube daran und es hilft auch, das weiß ich. Ja, gut. Also Man spürt auch die Energie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Aber mir geht es gut dabei. Zum Beispiel im Winter kann ich es nicht so, aber wenn ich zum Beispiel im Freien bin und das loslasse, es ist nicht immer nur am Abend. Ja. Das kann man genauso unter Tags. Also du empfindest dann die Hilfe auch konkret. Du spürst diese Energien, wenn sie anwesend sind. Ja. Und du rufst sie aktiv an. Ja. Ja. Und merkst dann auch, wenn sie da sind. Ja, ich muss dazu sagen, aber meine Bitte ist auch manchmal, mich erkennen zu lassen, wenn ich Hilfe bekomme. Ja, gut. Ich habe eine schusselige Art und man stolpert manches Mal. Also was lässt es verhindern, dass wir erkennen, dass die Energien da sind? Was lässt es verhindern, dass wir... Der Alltag, der Hektik oder nicht so intensiv, wirklich nicht so intensiv darum bitten. Also man kann das nicht so wie einen Brief aufgeben, dass ich jetzt schreibe, ich schreibe dir eine Postkarte und gebe es auf. Na, so geht es nicht. Ja, also so kann man das nicht machen. Es muss schon... Sind es Emotionen, die das verhindern können? Ja. Ja. Ja, absolut. Ja. Wolfgang? Das sind auch die Dämpfer, die man kriegt. Ja. Also ich bitte jeden Tag also um Schutz und Führung. Also für mich ist es eigentlich ganz normal, wie morgens ausziehen, putzen. Also es ist für mich ganz normal. Ja. Und das geht jetzt also schon über 15, 20 Jahre und für mich ist es eigentlich eher normal. Es ist also, es gibt manchmal Wege, die man geht. So ist es bei mir. und man geht den Weg und erst im Nachhinein wird einem klar, warum ich diesen Weg gegangen bin. Also es gibt auch bei mir oder bei jedem anderen, es gibt Crash-Situationen oder Problem-Situationen, die ich durchgemachen, in Anführung durfte vielleicht, um was zu lernen und trotzdem, wenn man den inneren Glauben hat, also wenn man weiß, man ist geschützt und geführt, dann, es gibt auch Situationen, wo ich das meinen Kollegen immer wieder sage, dass ich immer da bin, wo ich sein soll. Also ich bin in einer Situation, die ich selber manchmal nicht begreife. Also im Jetzt-Sein heißt das? Ja, es steht außer, also ich bin rational genauso wie jetzt spirituell. Aber was bedeutet das, Wolfgang, sich im Jetzt zu empfinden? Warum sagst du das? Wenn ich glaube, dass ich an der richtigen Stelle stehe, dann gehe ich einfach den Weg weiter. Letztendlich im Nachhinein, irgendwann, vielleicht in fünf Monaten oder in sechs Monaten, weiß ich, dass ich das, was ich jetzt tue, das Richtige für mich war. Jetzt, ich stelle das außer Frage, ob das für andere genau das Richtige ist. Aber ich habe hier oder jetzt auch jetzt das Empfinden, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zu sein. Und das ist die Glaubensthese, es ist nicht für mich falsch jetzt. Ich bin auch oft hier, bin öfter da wie manche andere. Ich bin genauso zweiflerisch wie andere auch, aber ich bin da. Okay, also halten wir fest, wir haben einen weiteren Punkt herauskristallisiert, nämlich, dass es sehr hilfreich ist, in Extremsituationen, sich im Jetzt zu empfinden. Und vielleicht darf ich hier mal ein bisschen rauskristallisieren, wer sich im Jetzt empfindet, der denkt nicht in die Zukunft und der denkt auch nicht in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man diese beiden Pole betrachtet, die wir vorhin angesprochen haben, nämlich ins Vertrauen und ins Trauen zu gehen. Also sich etwas zu trauen. Und da ist es einfach notwendig, nicht in dem Vergangenen drin zu bleiben, im Vergangenen zu hängen, sondern es ist notwendig, das Jetzt zu betrachten, das Jetzt zu genießen. Das gehört ja auch mit dazu, wenn man in Extremsituationen ist, dass man trotzdem lebt. Und das kann man nur im Jetzt. Wer ständig grübelt, wer ständig irgendwelchen Gedanken nachhängt, der kann nicht leben. Das habe ich mit Lernprozess gemeint, dieses Loslassen, das ist ja das Schwere. Und wenn man da Hilfestellung bekommt, so wie wir sind, wo man sagt, man weiß schon wie, das funktioniert nicht oft beim ersten Gespräch, da sind ja mehrere Gespräche notwendig. Das Loslassen ist das Schwerste eigentlich. Und da finde ich, ist es ganz toll, wenn man Hilfestellung geben kann, weil man selbst schon so weit ist. Ich bin auch nicht immer so weit, also ich putzle auch zurück ab und zu, aber man hilft sich schon selbst. Und weil du sagst, du magst das täglich, ich mache es auch. Und du wirst es nicht glauben, Wolfgang, ich mache es sogar, wenn ich ins Studio komme, dass ich bitte darum, zum Wohle aller, und ich bedanke mich. Das ist bei mir wie Szene putzen, da putze ich mir keine Zähne. Aber es ist so. Dürfte ich nicht, da hätte der Herr Wanner keine Freude. Ich denke, dass es ein ganz normales Ritual ist. Es ist so, so wie man andere Menschen in die Kirche gehen. Es ist für mich ein Lebensbestandteil. Gut, lasst uns hier bitte an der Stelle mal versuchen, in dieses Trauen, in dieses Vertrauen zu gehen, liebe Zuschauer. Wir wollen hier uns ganz kurz in die Stille begeben und wollen an diese Engelenergien denken. Ja, einen kleinen Moment. Ja, liebe Zuschauer, das war die Stille, wo wir in die Engelenergie gegangen sind. Also ich habe sie ganz konkret empfunden und ich denke, Sie zu Hause auch. So, warum sitzen wir hier? Es geht um Mehrwertfernsehen, liebe Zuschauer. Es geht darum, dass wir Ihnen eine neue Form von Fernsehen hier auf Telemedial zeigen und bringen möchten. Und wir haben in den vergangenen Tagen viel den Energieausgleich angesprochen. Heute sprechen wir Engelenergien an. Wir sprechen an die Unterstützung durch die Engel und wir bitten darum, ganz konkret. So, Thema für hier heute Abend, ich sehe schon da, heben Sie schon die Zeigefinger wieder. Thema hier heute Abend sind Menschen in Extremsituationen. Was ist grundlegend, wenn man solchen Menschen helfen möchte, wenn man sie wieder ins Trauen, ins Vertrauen geben möchte? Annette? Ich möchte noch mal kurz zu den Engeln was sagen. Ja, gerne. Mir ist vorhin einfach eine Idee reingekommen. Und zwar, Freunde sind wie Engel, die da sind, wenn wir vergessen haben, wie man fliegt. Freunde sind wie Engel, die da sind? Engel sind wie Freunde, die da sind, wenn wir vergessen haben, wie man fliegt. Ja, okay. Dankeschön. Wir alle haben im Moment, glaube ich, eine gewisse Stimmung aufgenommen. Wir fühlen etwas. Und vielleicht können wir mal ein kleines bisschen in dieses Fühlen reingehen. Also in dieses Fühlen, was diese Energien anbelangt, was die Engel anbelangt. Und können darüber mal so ein bisschen sprechen, weil das ja auch das ist, was demjenigen, der in so einer Situation steht, vielleicht im Moment fehlt. Ja, also dieses Empfinden der konkreten Energie, die uns hilft. Wir haben es ja heute Abend schon direkt angesprochen. Wir haben ja schon direkt angesprochen, dass es genau das ist, was wir suchen, was wir versuchen, auch dem Menschen, der in dieser Situation steckt, wiederzugeben, den Kontakt zu diesem Gefühl, verbunden zu sein, mit diesen Energien wiederherzustellen. Wer hat schon mal bei uns hier dieses Gefühl versucht, aktiv zu erreichen oder ist vielleicht nur reingerutscht? Also ich von mir kann sagen, bei mir war es so und der AGE hat sich auch gemeldet. Ja, ich war glaube ich acht oder neun Jahre, da habe ich das erste Mal Erfahrungen mit dem Fühlen der Engel gemacht. Ich kam in eine Extremsituation als Kind, habe eine schwere Erfahrung gemacht und habe aber gemerkt, dass ich die Engel fühlen konnte und dass die Engel mir auch geholfen haben und da sind wir wieder bei dem Thema der Führung. Die Engel haben mich geführt, aber ich war dessen noch gar nicht bewusst und ich kann sagen, dass ich so seit dem achten Lebensjahr Erfahrungen mit Fühlen der Engel gemacht habe und auch, dass sie mich leiten auf bestimmte Wege. Wenn ich mir zum Beispiel etwas vornehme nächstes Jahr im März, April und es kommt nicht dazu, dann ist es so gewollt von den Engeln, dass sie uns einfach führen und Schutz geben und sagen, du musst jetzt diesen Weg gehen, auch wenn du einen anderen gewollt hättest. Also Sie sehen, liebe Zuschauer, wir hier sprechen aus einer sehr aktiven Erfahrung. Wir haben dieses Fühlen dieser Energien ja nicht nur irgendwann zufällig erspürt, sondern wir sind da aktiv reingegangen. Wir haben versucht oder wir haben alle versucht, hier aktiv in diese Energie reinzugehen, sie zu empfinden, sie zu fühlen, sie nachzuvollziehen. Wolfgang? Es gibt manchmal Situationen von einer gewissen Hilflosigkeit, wenn man sich auch missverstanden fühlt, wenn es gibt Situationen, die man vielleicht auch aufgebürdet kriegt, also dass es vielleicht auch von Partnern kommt, die einen zu irgendwas zwingen wollen, also auch Lebenspartner oder auch, ich denke mal, phasenweise ist es sogar so, dass auch dieser Weg gewollt ist. Es ist immer, ich habe, bei mir ist es so, dass der Gedanke oder der Hauptgedanke, ich bin hier, um mich reifer zu machen, also mich weiterzuentwickeln und um mich weiterzuentwickeln, brauche ich Probleme. Also in Probleme, wo ich eine Lösung suchen soll oder, und die kann ich nur finden mit Beistand. Also es ist so, ich mache natürlich auch, man kommt sich manchmal im Leben wie ein Ping-Pong-Ball vor, man wird von einer zur anderen Seite geschlagen, aber für sich selber findet man dann so eine gewisse Quintessenz, also man versucht, so einen für sich klaren Weg zu finden, den ich aber nur erreichen kann, indem ich mich in die Obhut meines Schutz und meines Führungsempfängels begebe, um mich weiterzuentwickeln. Wolfgang, Obhut und Schutz meines Führungsengels, kann man da Emotionen ansprechen, kann man da sagen, wie empfinden wir das, ist das zum Beispiel Obhut und Schutz, also ein Polizist, der bietet uns auch Obhut und Schutz, aber das ist ziemlich hart. Was ist das, wie empfinden wir das, wenn es um Engel geht, wenn es um Engelenergien geht, ist das etwas Hartes oder? Vielleicht sind es in dieser Situation, nicht im Moment, aber vielleicht in irgendeiner Situation, dass du ein Erlebnis, eine Begegnung hast, die einen wachrüttelt oder eine Erkenntnis bringt, weißt du? Das kann schon sein, es geschieht ja nicht von einer Sekunde auf die andere, aber der Weg ist ja auch Begegnung, Situation, wo man sagt, ja, wo man Klarheit sieht oder wo man weiß, wie man gehen soll. Wolfgang? Es ist ja so, in unserer Entwicklung, ich spreche jetzt von meiner Entwicklung, ist es so, ich kam durch die spirituelle Arbeit, die ich tue, oder auch, egal jetzt was, es gibt so Eingebungen, du kommst in Situationen und denkst was oder du spürst was oder du kriegst eine Eingebung und du gehst dann diesen Weg. Es ist bei mir sowohl Zustimmung da als auch Ablehnung oder Angst, sagen wir mal eher Angst. Aber wenn ich jetzt eine Eingabe, also wenn ich mich auf das verlassen soll, dass ich anderen weitergebe, dann muss ich dann selbst zuerst einmal an mich selber glauben und das, was reinkommt. Also ich brauche Vertrauen. Also wenn ich das Vertrauen nicht habe, dann kann ich diese Tätigkeit oder das, was ich tue, nicht ausüben. Also es ist auch so, dass ich Vertrauen haben muss. Also das ist die Vertraussetzung. Es ist also auch öfters ein Thema, auch unter den Kollegen, dass ich einfach das Vertrauen brauche, um diesen Weg zu gehen. Und der Vertrauen ist also an die göttliche Führung, den Schutz und auch die Liebe. Also es ist so, es ist so eine Koppelung, die mich leitet, das zu tun, für was ich eigentlich da bin. Nele? Ja, also aus meiner Sicht oder meiner persönlichen Erfahrung ist es so, seit ich mich der Spiritualität verschrieben habe, fällt es mir wesentlich leichter, mein Leben zu meistern. Das heißt nicht, dass es Ecken und Kanten hat oder noch haben wird. Und es hat in der Vergangenheit große Ecken und Kanten gegeben. Nur ich für mich finde meinen Weg und habe das Vertrauen und lasse mich auch führen. Und wenn ich irgendwo falsch bin, dann geht es halt nicht weiter, dann weiß ich, ich muss einen anderen Weg nehmen. Nur mir ist es ja ganz wichtig, auch dem Zuschauer oder dem Anrufer etwas mitzugeben auf dem Weg. und ihn so schnell in diesen Glauben und in dieses Vertrauen zu bringen, das ist unglaublich schwer. Weil diesen Schlicksalsschlag, den er verwinden muss, das kann 20 Jahre her sein, diese Situation hatte ich vor kurzem. Ein Ehepaar hat ihren erwachsenen Sohn verloren und die sagen heute noch, das kann niemand nachfühlen. Außer er hat es selbst erlebt. Und da stimme ich dem etwas zu. Nur ich sage dann, es ist natürlich nicht zufällig passiert. Und darüber wurde nachgedacht und ich habe das Echo bekommen, ja, ja, so wie Sie gesagt haben, ist das schon. Aber hat sich dann auch nicht weiter ausgelassen. Also da habe ich schon erkannt, da ging es um das Gefühl. Und diese Menschen sind mittlerweile schon fast 80 und sie waren ungefähr 40, als es passiert ist. Und die haben daraus auch etwas genommen. Annette? Ich finde insgesamt die Situation etwas schwierig. Es auch zu erklären, finde ich schwierig. Denn wenn Anrufer da sind, es ist immer, die Beratung ist immer individuell. Und ich glaube, also ich kann von mir ausgehen, dass ich oftmals geführt werde bei den Antworten als solches. Dass ich eigentlich nicht weiß, wie es ist. Dann können zwei, drei Anrufer hintereinander kommen mit dem gleichen Problem und trotzdem ist meine Antwort anders. Deswegen habe ich also ich selbst Schwierigkeiten, das eigentlich so auf den Punkt zu bringen und sagen, analytisch das macht man so und so und so. Das kann ich nicht. Aber du hast mit Sicherheit schon selber in solchen Situationen gestanden. Mit Sicherheit, ja. Und was war dahinter? Darf ich gar nicht? Wir sagen zum Beispiel, wir sind Lebensberater. Das heißt doch nicht mehr oder nicht weniger, als dass wir über das Leben beraten. Über das, was da ist. Und wir haben alle unsere Probleme, wir haben alle unser Leben und wir können niemals das Leben eines anderen leben. Das heißt, diese Beratung, da gibt es beim Schamanismus eine wunderbare Sache. Und das heißt, nur wir können unser eigenes Lied singen, in unsere eigenen Pferde laufen oder in unserem eigenen... Bisschen näher. Ach so, okay. Oder unser eigenes Lied singen. Wir können niemals in der Pferde des anderen gehen oder sein Lied singen oder sein Schicksal übernehmen. Und ich denke, da ist wirklich dieses Vertrauen, diese Führung als solches. Und wie gesagt, selbst wenn ich fünf hintereinander die gleichen Gruppe Anrufe habe mit den gleichen Problemen, ich bekomme andere Aussagen dann rein. Gut, es gibt nie das gleiche Problem, weil der Mensch, der dahinter steht, immer individuell ist. Richtig. Und das ist das, wo man eigentlich auch oftmals dran denken kann. Und deswegen kann ich an die Sache eigentlich nicht so wissenschaftlich oder analytisch rangehen. Sondern ich werde dann, wie gesagt, geführt. Egal, jetzt wer mich führt als solches, ob es die Engel sind, ob es aufgestiegene Masse sind. Also Wissenschaftler und Analytiker sind wir alle nicht hier am Tisch. Richtig, wir sind aber eigentlich keine, wie soll ich sagen, Philosophen als solches, sondern wir beraten wirklich aus dem Leben heraus. Also es ist einfach so, dass wir ja versuchen, in diese Energie auch in unseren Beratungen reinzugehen und hier natürlich Durchgaben, Durchsagen bekommen oder auch Wege für denjenigen bekommen, mit dem wir da sprechen, aufgezeigt bekommen. Die Christel hat gerade heftig mit dem Kopf genickt, habe ich gesehen. Ja, das stimmt. Ich meine, mit Einfühlungsvermögen, mit dem richtigen Erkennen des Problems, es muss ja nicht immer so tragisch sein, aber es ist für jeden das Thema, wo er eine Frage hat und Hilfestellung bietet, ein Problem und wichtig. Und da richtig hinhören und da spürt man ja, sieht man ja, ich kann es nur von meinen Karten sagen und dann von der Situation richtig das Gespräch führen und du weißt, es geht auch positiv weiter, nur richtig rüberbringen. Ja. Mit Geduld, mit Zuhören und mit Einfühlungsvermögen. Also meines Erachtens kann man hier vielleicht ganz gut sehen, wenn Menschen in scheinbar gleichen Situationen sind, dem einen geht es relativ gut dabei und der andere, der sucht jemanden, der ihm hilft. Und da ist wieder deutlich erkennbar, der eine geht ins Trauen, ins Vertrauen und der andere, der steckt noch im Zweifel. Aage? Ja, ich kann natürlich nur von mir jetzt sprechen im Augenblick. Also ich habe das Gefühl, als ob mehrere Engel immer bei mir sind. Viele sagen, ich habe einen Schutzengel, das glaube ich natürlich. Ich bin immer der Meinung, ich habe mehrere Engel. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich spüre das ganz einfach so. Und am meisten kann ich es spüren, wie vor einigen Minuten, als wir in die Stille gegangen sind, das spürt man richtig. Man kann wieder Energie schöpfen, man kann sich konzentrieren auf die Engel, auf die Kraft, man tankt einfach wieder auf. Und ich denke, es sind mehrere Engel, so spüre ich das einfach für mich. Wie mancher sagt, ich habe nur einen Schutzengel und ich habe mehrere. Aber ich kann nicht sagen, wie meine Schutzengel heißen. Da muss ich also passen. Es gibt so viele Schutzengel und ich habe auch schon Engelkarten. Ich habe auch selbst zu Hause Engelkarten, habe schon Karten gezogen. Aber da ich ja die Leno Moor-Karten bevorzuge und damit arbeite, bin ich halt unsicher, wer jetzt wie der Name des Engels ist oder der Engel ist, die mich schützen. Ja, okay. Aber es geht ja im Prinzip weniger darum, dass wir den Namen erfahren. Klar, wir als Menschen wollen immer Namen haben, aber ich glaube, das Schöne, und das hat Herr Agel vielleicht gerade bestätigt, das ist eigentlich das Gefühl, das man hat, wenn man weiß, solche Energien sind um einen herum. Also vielleicht geht es darum, dass man versucht, denjenigen, der anruft und in dieser Situation ist, dass man den irgendwo in dieses Gefühl wieder reinbringt, geborgen zu sein. Absolut. Wolfgang? Das Gefühl? Hast du gerade heftig genickt dazu? Ja, also bei mir ist es eigentlich so, so wie der A gesagt, also ich habe zwar schon meinen Schutz und den Führungsengel, es sind halt immer wieder welche da. Es ist, ich mache mir, es ist so, ich gehe nicht mehr allein durchs Leben. Also wenn ich mal Engelskontakte hatte oder so, es ist so, man wird belehrt und man lehrt. Also es ist also so, es gibt was mir beizubringen, also auf der spirituellen Ebene und es gibt auch was zu lernen. Also es gibt große und kleine Engel und es ist immer, man kommt in Situationen, wo man beobachtet wird. Also es ist einfach so, da wird die Quintessenz aus Lernen herausgezogen. Ich habe so meine eigenen Glaubenssätze, das ist schwierig, das so zu erklären, aber ich weiß immer, dass ich nie allein bin. Ich bin also, es gibt immer Leute, also es gibt immer Engel oder Geister um mich herum. Ich gehe eigentlich nirgends ohnehin. Also es ist schwer vorzustellen, aber manchmal denke ich mal, der erreicht der Platz nicht und manchmal hat man so das Alleinsein-Gefühl, aber das ist nicht so. Es ist bei mir so, auch in meiner Glaubensthese, dass ich nie allein bin. Also je mehr ich auch berate, also das kommen dann auch andere Seelen vorbei. Ich mache Energiearbeit, dann kommen auch Seelen vorbei. Oder ich mache Heilarbeit, dann kommen auch Seelen vorbei. Also es ist immer, immer Leben in der Bude. Also es ist ganz normal. Für mich ist es normal. Andere macht es vielleicht Angst, aber für mich ist es eigentlich eher normal. Ja, danke. Kann man, Nele, ja? Ja, eine Anmerkung vielleicht noch, wenn man in dieser Glaubenssituation sich befindet, dass man sich auch traut, mit den Engeln zu sprechen. Denn Engel wollen auch angesprochen werden. Okay. Das finde ich ganz wichtig. Ein ganz wertvoller Hinweis. Also nach meiner Erfahrung ist es auch so, dass man mit Engeln laut spricht. So, wir haben einen Anrufer in der Leitung. Jessica, hallo. Ja, schönen Tag. Ich heiße Jessica. Jessica, hallo. Ja, ich wollte was zum Thema Engel sagen. Ja, gerne. Und zwar ist das so, es hat mir schon Überwindung gekostet, jetzt anzurufen. Ich wollte nur sagen, dass ich auch mit den Engeln Kontakt genommen habe, weil auch wo ich jung bin, ich habe ziemlich sehr viele Probleme, auch in der Liebe und so, in der Familie. und ich habe auch Kontakt mit den Engeln genommen, ich habe gebetet und so, und mein Gebet ist auch erhört worden. Und es geht jetzt mir auch schon viel besser. Ich bin jetzt in eine Familie gekommen, wo ich Liebe und Vertrauen habe und alles. Schön. Ja, und dann wollte ich auch die Zuschauer damit anregen, dass sie auch ruhig anrufen, dass sie sich trauen sollten. Das ist lieb, Jessica. Ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben ganz konkret dieses Gefühl erlebt, wie es ist, wenn man von Engeln umsorgt ist. Ja, ist so. Ich habe gebetet und es wurde auch erhört und es geht mir jetzt auch schon viel besser. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Schönen Tag noch. Ja, danke, das Gleiche. Tschüss, Jessica. Also, das war ein sehr schönes Feedback, liebe Zuschauer, und wir schließen uns hier nur der Aufforderung von Jessica an. Wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, rufen Sie bitte gern an, sprechen Sie uns an, teilen Sie uns mit, was Sie empfinden, was Sie ganz konkret im Kontakt mit Engeln bisher schon empfunden haben, Erfahrungen gemacht haben. Im Kreis unserer Berater hier möchte ich mal noch eine weitere Frage einwerfen. Vielleicht, dass wir mal so in uns gehen und fragen, wenn wir beraten und wenn wir versuchen, denjenigen wieder in das Trauen, in das Vertrauen reinzubringen, bekommen wir dann auch Feedback, bekommen wir dann auch eine Rückkopplung, wenn wir jemanden am Apparat haben oder er vielleicht sogar öfters anruft. hat das jemand schon erlebt? Die Christel nickt, ja? Ja, aber ich glaube, das wird ja jedem schon so gegangen sein. Ich glaube, das ist vor allem auch bei Stammkunden, die sagen, ich höre es auch live, seid jetzt mein Auge oder bei euch, dass man sagt, das ist eingetroffen, super, aber ich hätte jetzt noch eine Frage. Und das ist sehr schön, finde ich. Was war dann da hilfreich? Was war dann dazu geführt? Es war die Fragestellung, eine ganz banale Fragestellung, banal meine ich jetzt nicht abwertend, dass man gesagt hat, wie geht es da weiter? Ich stecke in der Situation. Wie geht es weiter? Egal, ob das jetzt privat ist, ich will das jetzt nicht fokussieren jetzt auf ein Thema. Und man hat dann gesagt, wurscht welcher Berater, egal welcher Berater von uns, so und so. Und wenn dann wieder gerufen wird, ich habe es ja auch schon oft gehört und bei mir auch, dass man sagt, ja, das ist eingetroffen, das ist gekommen, ich hätte aber jetzt eine andere Frage oder, ja. Und das ist sehr, sehr schön. Annette? Ja, das ist die Überstellung. Was ich in letzter Zeit sehr oft beobachte oder ein Feedback zurückbekomme, dass viele Menschen, die auf diesem Weg sind, in die Spiritualität rein, sehr unsicher sind, verunsichert sind und dann wirklich dankbar sind, wenn man sagt, pass auf, achte auf das, achte auf das und geh ins Vertrauen, und hör auf darüber nachzudenken, was es ist, sondern lass dich einfach gleiten. Und ich habe heute zum Beispiel einen wunderschönen Brief bekommen mit einem Spruch und sehr viele Anrufer geben sich wirklich Mühe, dass sie entweder ein Zitat mitschicken oder neulich ein Rosenquartzherz, einfach ein Dankeschön und schade, dass ich jetzt im Bild bin, sonst hätte ich es mitgebracht und hätte es vorgelesen. Es ist ein wunderschöner Spruch, aber vielleicht kann ich das kurz holen und du kannst weitermachen zwischenzeitlich. Vielleicht nachher in der Pause? Es ist wunderschön, ja, können wir mal machen. Okay, gerne. Aage? Ja, also bei meinen Anrufern stelle ich immer fest, dass wir noch nicht mal auf ein Feedback warten müssen, dass es sogar während der Beratung schon passiert. Ich schlage die Karten auf für den Anrufer und denke mir gar nichts dabei. Ich lese einfach in die Karten, teile das mit und auf einmal wie so ein Huch, da ist es auf einmal da. Und das ist so ein Glücksgefühl, das die Engel dann auch bringen in diesem Moment. Ja, und ich glaube, das haben andere auch schon erlebt, miterlebt und natürlich auch als Feedback hinterher, aber ich erlebe es sehr häufig schon in den Beratungen selber, dass die Anrufer spüren, ja, danke schön, Erleichterung ist da und die Engel haben es rübergebracht. Ja, ich bin ja nur, ja, ich lese eigentlich nur die Karten für die Anrufer und denke mir nichts dabei und schon sind die Glücksgefühle bei den Anrufern vorhanden. Also bei mir ist das immer so, ich habe immer im Prinzip drei Faktoren, wo ich sage, eine davon soll wirken, ein Faktor soll wirken. Das eine ist natürlich, dass man sagt, wie kommt es in der Zukunft? Das kann hilfreich sein, muss aber nicht. Der zweite Faktor ist, warum bist du da, wo du stehst? Was ist der Grund dafür? Und der dritte Faktor, den ich immer gerne versuche, rüberzubringen, ist, welche Mittel und welche Möglichkeiten hast du auf dein Leben, auf dein eigenes Leben einzuwirken? Was ist jetzt in diesem Moment wichtig für das, was du erreichen möchtest, für das, was du verändern möchtest? Und da ist halt eigentlich das A und O, nämlich, dass man sagt, schwinge dich auf etwas Positives ein, schwinge dich auf das Positive in deinem Leben ein und gehe mit diesem Wissen, mit diesem Trauen und Vertrauen deinen Weg. Wolfgang? Also wenn ich Karten lege oder wenn ich auch jetzt hellsichtig bin, gehe ich eine Verbindung mit dem Fragenden oder mit dem Hilfesuchenden ein. Also ich habe eine Seelenverbundenheit. Es ist eher auch bei Kunden, die mich regelmäßig anrufen. Es ist so ein Familienmitglied. Also es ist eine Seelenverbundenheit da, auf die sie sich auch immer wieder zurückruppeln. Also ich gebe den Leuten auch immer wieder mit oder ich sage ihnen, wenn sie Probleme haben, an mich zu denken und sich über die spirituelle Seite die Energie zu holen. Also es ist ja so, dass man eine Beratung macht, eine Hilfeleistung stellt oder man sagt, auch einen gewissen Weg geht. Ich bin dann auch unterstützend dabei. Ich sage auch vielen, dass wenn sie sich einfach nur vorstellen, dass ich da bin und ihnen helfe. Also wenigstens sich zu überwinden. Und nur diese Hilfestellung ist das schon was wert. Es ist einfach so, dass man einfach eine Seelenverbundenheit hat. Also die Verbindung mit demjenigen, die Verbindung mit den Energien, die da schwingen, die ist wichtig. Nele? Entschuldigung, ich dachte, du hast das Mikrofon in der Hand. Okay, aber sehr schön gesagt. Ja, okay, fein. Ja, also jetzt haben wir schon einiges herauskristallisiert, was in den Beratungen wichtig ist. Wir haben festgestellt, dass man sehr häufig in der Beratung, wenn man sich auf die Energie des Anrufenden oder des Fragenden einstellt, dass man da schon sehr häufig eine Lösung, eine Erlösung empfindet. Und das haben wir festgestellt, der Ager hat es kurz angesprochen, zum Beispiel, das findet einfach statt. Das ist nicht gewollt, das ist schon gewollt von uns, aber es ist nicht analytisch irgendwie gemacht, sondern es sind die Energien, die da schwingen. Es ist einfach das, was durchkommt. Und insofern sind wir ein Sprachrohr, wir geben das weiter und gucken, dass der Fragende in die gleiche Energie reinkommt, dass er diese Energie empfangen kann. Ganz am Anfang habe ich mal was angesprochen, was ich vielleicht auch nochmal in die Runde fragen möchte. Dieses Abholen, also dieses Gucken, wo der Frager steht, wo der Mensch steht, der in dieser Situation ist. Was denkt ihr, wie wichtig ist das? Wie macht ihr das? Was ist da eure Technik beim Abholen? Nele? Ja, es kommt ja ganz darauf an, womit er sich gerade beschäftigt oder wo sein Problem liegt. Und häufig, gerade gestern, habe ich es häufig erlebt, dass die Menschen sich also so sehr sorgen um ihre Mitmenschen, Familie, Kinder, Eltern. Und ich versuche, diesen Menschen klarzumachen, dass er für sich seine Verantwortung übernehmen muss und sich nicht so sehr in die Verantwortung des Mitmenschen hineinbegeben soll, weil er sich dadurch auch etwas abgrenzen kann und seine eigene Kraft findet einfach. Marge? Ja, ich denke, jeder von uns hat Engel oder Schutzengel, aber manche spüren das sehr, sehr wenig, weil sie halt mit sich selbst oder mit dem Alltag, mit der Umwelt einfach beschäftigt sind und meinen, sie wären alleine, aber man ist nicht alleine. Man lässt sie vielleicht nur nicht an sich ran, vielleicht hat man ein wenig Angst, wenig Zweifel oder was auch immer, aber ich finde, die Engel sind immer da und sind auch für jeden da, egal wie man ist, wer man ist. Ja, ich kann nur sagen, viele der Anrufer sind vielleicht nicht im esoterischen Bereich oder geschweige denn im spirituellen Bereich wichtig ist, dass man den Anrufer richtig abholt, die Situation erkennt und mit unserem Gefühl, mit unserem Wissen, mit unserer Intuition auch weiterhilft. Natürlich anhand der Karten, so wie die Karten liegen, ich kann nur vom Karten liegen sprechen, das ist wichtig. Es gibt ja Leute, also ich habe, übrigens ein Stammkunde geworden, bei Breitendein, aber der war ganz aggressiv, also der hat sicherlich nichts mit der Esoterik zu tun gehabt, aber doch, in dem Sinn, das angerufen hat und an den Karten geglaubt hat. Er wollte es nicht wissen. Entschuldigen. Und mittlerweile ruft er an und sagt, ja, Sie stehen jetzt da und da, es ist um die Partnerschaft gegangen, ja, aber er hat den Berg gehabt, er hat gesagt, Sie sind ein bisschen stur, ich weiß, ich mag das Wort nicht, es war so. Und mittlerweile, also ich kann nicht sagen, wenn ich da bin, er ruft an. Und das ist schön, finde ich. Und er ist sehr wohl im esoterischen Bereich, Also auch, wenn ich sage, ich glaube nicht daran. Ja, natürlich, klar, in dem Moment, wo jemand anruft, gibt es eine Affinität. Das ist schön. Ja, was ich noch über mich erwähnen kann, ich lege ja schon seit 21 Jahren die Lenormo-Karten und habe auch schon vor vielen, vielen Jahren die Engelkarten geschenkt bekommen. Da gibt es mehrere Ausführungen von diesen Engelkarten. Und trotzdem, ich weiß nicht warum, ich habe den Zugang zu den Engelkarten noch nicht. Ich glaube an Engel, ich fühle sie, ich spüre die Engel, aber der Zugang über die Engelkarten, die ich auch zu Hause liegen habe, der ist mir so, ich weiß nicht warum, aber der ist so ein bisschen abwegig. Ich bleibe, also ob die Engel mich führen und sagen, bleib bei deinen Karten, mach das und wir sind trotzdem für dich da und die Engelkarten liegen halt zu Hause. Ich kann sie jederzeit benutzen, aber der Zugang ist nicht so stark wie mit diesem anderen Material, Arbeitsmaterial. Ich glaube, dass das auf uns alle zutrifft, dass wir das alle im Prinzip wissen und dass auch Sie, liebe Zuschauer zu Hause, das schon gespürt haben. Sie haben, wir haben alle auf irgendeine Art und Weise einen Zugang in diese Energien, in diese Liebe und wie dieser Zugang ist, darum geht es, das herauszufinden. Wir hier bei uns wie Berater, wir haben da sehr viel Erfahrung, wir praktizieren damit tagtäglich und damit ist klar, wir werden auch gezwungen, herauszufinden, was ist unser bester Zugang, aber wenn man natürlich da etwas weniger Umgang hat, dann ist es hilfreich, wenn man eine Hilfestellung bekommt. Also ich werde zum Beispiel sehr häufig gefragt, was kann ich denn machen, was ist denn meins und dann frage ich einfach die verschiedenen Möglichkeiten ab und siehe da, da kommt dann oft die Antwort, also Reiki oder Karten oder Pendeln oder wie auch immer. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Wolfgang? Also ich denke, das ist eigentlich ganz normal. Also jetzt, was Ake gesagt hat, es gibt Leute, die Vertrauen haben, brauchen keine Karten. Brauche ich, muss ehrlich sagen, ich lege eigentlich normal keine Karten. Es ist für mich eigentlich eher so ein Alibi. Also wenn ich erklären muss, warum ich keine Karten benutze und dann ist es eigentlich nur eine Glaubensfrage. Also es gibt, ich brauche eigentlich weder Engelskarten noch meine Tarotkarten oder meine Lennarmannkarten, weil ich, es ist nur so eine Rückbestätigung. Es ist so der Zweifel an meinem Tun. Also es ist so, es gibt Leute, die brauchen die Bestimmung, etwas in der Hand zu haben, brauchen den Beweis, glauben zu können. Und bei uns ist es halt so, es gibt Durchsagen, man legt immer die gleichen Karten. Das ist, wenn man Lennarmannkarten, das sind 36 Karten und man sieht immer wieder ein anderes Bild. Also letztendlich ist es so, dass man mehr sieht wie nur die Karten. Und da wird mir auch jeder zustimmen. Das ist nur so, dass wenn man nur da sitzt und keine Karten legt, dann für etwas zweiflerische Menschen dann einfach keine Erklärung dafür hat, warum das so ist. Ist es deswegen einfacher, Karten zu legen, um sich die Erklärung mehr oder weniger zu ersparen? Es ist einfach der Nicht- oder es ist auch bei mir manchmal phasenweise, weiß ich ganz genau, was los ist und lege mir dann trotzdem die Karten. Also ich lege sie dann trotzdem, um die Rückkopplung zu bekommen. Also ich bin ganz normal. Okay, das ist wieder eine andere Frage. Liebe Zuschauer, natürlich, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wir stehen ja auch alle hier, alle Berater, die wir hier sitzen, mitten im Leben. Wir haben auch unsere Aufgaben zu bewältigen und natürlich hat der eine von uns, der ein oder andere von uns auch Extremsituationen zu bewältigen, sei es im partnerschaftlichen Bereich oder im finanziellen Bereich, vielleicht hat man jemanden verloren oder wie auch immer. Und hier stellt sich natürlich für uns, die wir tagtäglich andere beraten, immer die Frage, können wir diese Energien, die wir für andere wahrnehmen, die wir für andere weitergeben, können wir die für uns selber auch so wahrnehmen? So, ich habe hier, glaube ich, wieder eine Anruferin in der Leitung. Elena, hallo. Ja, hallo, lieber Berater. Also ich bin Elena. Ich rufe jetzt als Zuschauerin. Ja, gut. Erst einmal Kompliment. Ich finde, Thema Engel ist ein wunderschöner Thema, wo sehr viele Menschen angesprochen sich fühlt, weil auch als Beraterin, muss ich sagen, sind sehr viele Leute, welche anrufen und fragen, wie kann ich meine Schutzengel erreichen oder wie kann ich Kontakt mit meinen Schutzengeln nehmen. Vorbei, ich wollte als Zuschauerin auch sagen, als Antwort, Vertrauen, ja, in extremen Situationen, ich würde sagen, die Antwort wäre auch Vertrauen, durch die Vertrauen, man bekommt Heilung, man ist geheilt. Ja. Und vielleicht die Annette Helmer kann schon viel mehr dabei sagen, ja, weil im Endeffekt, wenn jemanden geht im Vertrauen, man ist auch geheilt, ne, von allen Situationen, von allen schwierigen Situationen. Und für die andere Sache wäre auch die Bescheidenheit, also wenn Beispiel nicht über Mut zu kommen, ja, ich denke Bescheidenheit ist da gefragt, in Bescheidenheit zu bleiben. Ja, also das ist auch meine Antwort als Zuschauerin und ich wollte auch natürlich an dieser Stelle sagen, es wäre sehr schön, wenn tatsächlich viel mehr Leute sie trauen und kommen einfach mit eigenen Fragen zu euch. Ja. Dankeschön, Elena. Ich danke auch von Herzen. Ciao. Danke, ciao. Ja, da haben wir ein Feedback, ein Input bekommen von einer lieben Kollegin. Sie hat uns einen kleinen Hinweis gegeben. Wir haben ja vorhin angesprochen, es gibt extreme negative Situationen, aber natürlich gibt es auch extreme positive Situationen, also besonderer Erfolg, den wir vielleicht haben, den wir genießen können. Wir rutschen am Arbeitsplatz zwei Stellen weiter nach oben und bekommen das doppelte Gehalt. Ich weiß, liebe Zuschauer, das ist relativ selten der Fall, aber es kommt vor. Also besondere Erfolgssituationen und hier ist die Frage, wie geht man damit um? Ich glaube, wenn ich mal hier so in die Runde frage, das ist eher seltener etwas, was wir beraten, dass jemand anruft und sagt, ich habe ganz tollen Erfolg, wie soll ich damit jetzt umgehen? Ist das richtig? Aber natürlich kommt es vor, es betrifft uns und vielleicht können wir auch hierüber mal ein kleines bisschen sprechen, was passiert, wenn jemand extremen Erfolg hat? Ja, ich denke, es gibt sicherlich auch Anrufer, die anrufen, die extremen Erfolg haben. die fragen aber dann, geht es weiter so? Ja. Weil sie auch gewisse Zweifel haben. Sie haben Erfolg, aber ob es anhält, das ist natürlich die zweite Geschichte und da werden wir natürlich dann gefragt, ob das so ist. Und dann hören wir natürlich auch im Laufe des Gesprächs, wie der Anrufer sich fühlt, ob er emotional sehr stark ist, sehr dominant ist. Und da erleben wir natürlich auch dann in der Beratung solche Extremsituationen und müssen dann schauen, wie wir damit umgehen. Es ist ja immer ganz individuell. Einer ist halt dann noch ganz schüchtern, ist auch schon sehr, sehr hoch in der Karriereleiter, aber trotzdem auf dem Boden geblieben, bodenständig und der andere wieder nicht. Und das entscheiden wir aber dann im Laufe der Beratung, wie wir damit umgehen. Okay. Wollte hier jemand? Ich weiß nicht, ich habe Bewegung gesehen. Annette? Ja, ich wollte mich wieder eine Frage stellen. Ja. Also ich denke, wie gehen wir mit um bei den Fragen? Wie gehen wir mit um, wenn wir dieses positive Feedback geben? Wie eben Elena sagte, es war ganz toll, ich war auch sehr berührt im Moment. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt im Moment um? Ja. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit lernt man, wenn man auf diesem Weg ist, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, auch das, was wir von den anderen zurückbekommen. Es geht nicht um Erfolg oder sonst was, sondern einfach, es geht, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in diesen Hochmut reinkommen. Dass wir einfach normal bleiben, mit beiden Beinen auf der Erde stehen und wirklich in dieses Gottvertrauen gehen und dankbar sind, Menschen helfen zu dürfen. Ja, okay. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis. Das Thema Bitten und Danken im Umgang mit Engeln. Ja, Bitten und Danken ist schon heute mehrmals angesprochen worden. Man muss aktiv darum bitten. Und meine Ansicht ist, man muss es laut tun. Und natürlich, wenn man dann in dieser Situation ist, um die man gebeten hat, wenn das herbeigeführt wurde, wenn die Engel aktiv geworden sind, dann geht es darum, dass man sich dankbar zeigt und dass man das nicht als selbstverständlich und selbstherrlich annimmt, sondern eben sagt, vielen lieben Dank für diese Unterstützung. Wolfgang? Ich muss also auch noch dazu sagen, also je erfolgreicher das man wird, je mehr wird man dann auch in die Demut gezwungen. Man wird beobachtet. Es gibt Neider. Es gibt Leute, die einen das missgönnen. Es gibt immer Situationen, wo man auf der Hut sein soll. Also es ist also auch, man wird permanent gezwungen, in die Demut zu gehen. Je erfolgreicher das du wirst, je mehr wird man beneidet oder auch noch schlimmer. Also das ist halt auch, dass man andere Wege geht. Das sind Dinge, wo man dann auch in die Demut getrieben wird. Das ist halt so, man hat so das Gefühl, wenn man erfolgreich ist, dass es einfach zu viele Beobachter gibt. Wenn man dann mehr oder weniger auch noch im Rampenlicht steht, dann wird es immer noch schwerer. Das ist so, glaube ich, das Thema, wenn man sagt, also wenn man in einen energetisch hohen Bereich geht, wenn man aufsteigt, dass dann natürlich auch alle anderen Bereiche in Form von Einflüssen mitwachsen. Also du hast es ja ausgedrückt, ganz klar, dass einfach Energien, die weniger erwünscht sind, aber uns in Versuchung führen. Und darum geht es eigentlich, glaube ich, bei diesem extremen Erfolg, dass man, wie sagen wir so schön, auf dem Boden bleibt. zwei Themenbereiche. Ein Thema, das eine ist der extrem negative Bereich, also extreme negative Erfahrungen. Das ist natürlich das Gros unserer Beratungen. wie können wir Menschen da wieder zu sich selbst führen, wie können wir helfen, dass sie zu sich selbst finden. Und das andere ist der Bereich extrem positive Erfahrungen. Wie schafft man es, da auf dem Boden zu bleiben? Ja, und auch hier am Tisch leben wir dieses Thema heute Abend, indem wir ganz aktiv unsere Engel bitten, uns hier zu unterstützen, unterstützend zu begleiten, dabei zu sein. Liebe Zuschauer, wir haben vorhin schon, wir sind vorhin schon mal kurz in die Stille gegangen und haben das empfunden, wir haben empfunden, dass diese Engel da sind, dass diese Hilfe da ist, die uns verbindet. Wir haben Feedback von Ihnen bekommen, wir haben Anrufe von Ihnen bekommen, liebe Zuschauer, dass Sie das auch empfinden. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Bestätigung für uns hier heute Abend. Vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen sprechen. Wie geht es uns selbst, wenn wir beraten? Was empfinden wir selbst? Also jetzt weniger in Bezug auf denjenigen, den wir beraten, sondern was empfinden wir selber in dieser Energie? Anette? Also ich kann jetzt nur von mir reden, eine unendliche Dankbarkeit. Also es ist ein sehr schönes Gefühl. Ja. Und dafür zeigst du dich dankbar. Ja, ich zeige mich nicht dankbar, ich bin dankbar. Okay. Das ist schwer zu erklären, weil es ist nicht meins. Ich diene als Kanal und ich bin, wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe oder dass mir diese Fähigkeiten gegeben wurden. Wolfgang? Wie sagt man da? Also es ist man, ich versuche irgendwie auch in meiner Mitte zu bleiben. Ich versuche auch, was ich weitergebe, also eher die fröhliche Seite zu leben, auch wenn es nicht immer so stimmt, dass ich bin auch ein ganz normaler Mensch, lebe aber auch ganz normal. Ich bin aber dauernd am Lachen. Ich werde dauernd gefragt, warum grinst du so blöd? Es ist einfach die innere Stimmung. Ich habe einfach eine gute Stimmung. Ich bin immer eigentlich, ich versuche immer, etwas positiver zu sein wie andere. Es gibt andere, es gibt hier, es gibt normale Menschen und es gibt Leute, die sich ihr Leben relativ trostlos vorstellen. Es gibt, aber es ist so, ich wünsche mir natürlich auch ein besseres Leben, aber das wird ohne, ohne gute Laune, wird es nicht viel besser. Also versuche ich halt auch, eine gute Laune zu haben. Ja, Herr Age? Ja, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, wenn wir die Anrufe beraten, ich kann nur jetzt von mir reden, wie ich gerade, wie ich mich fühle in diesem Moment, wenn ich berate, ob ich ein gutes Gefühl habe, ob ich mich selber gut fühle, das ist wichtig, ob ich einen guten Tag habe. Und wenn ich einen guten Tag habe, fühle ich mich stark und habe mehr Energien, mehr Kraft von den Engeln bekommen. Und die kann ich dann natürlich mir rübergeben. Wenn ich einen müden Tag habe, bin krank oder etwas in der Richtung, dann geht es natürlich auch, aber es ist schwieriger dann. Und das spüre ich auch. Und ich glaube, das spürt auch dann der Anrufer und sagt, naja, heute war es nicht so. Obwohl die Beratung gut war, aber ich denke, man spürt es einfach und man braucht Kraft und Stärke, wenn man so etwas ausübt. Ja, also das ist ein ganz wertvoller Hinweis, glaube ich. Mir geht es auch immer so, dass ich empfinden muss, dass ich bei mir bin. Wenn ich jemanden berate, dann muss ich stets in meiner eigenen Mitte sein. Weil ich ganz genau weiß, bin ich nicht in dieser Mitte, falle ich irgendwo auf einer Seite heraus, dann ist die Beratung eingefärbt durch mich selbst. Und ich glaube, dieses Phänomen kennen wir alle. Aber ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dann überlege ich, Hotline heute einwillen oder nicht, mir geht es nicht so gut. Ja, ich mache es trotzdem. Und dann habe ich tatsächlich eine Anruferin, da habe ich das Gefühl, die hat mich zurückgebracht. Ja. Aber andererseits ist dann so viel Dankbarkeit wieder entgegengekommen, dass ich auch nur dankbar sein kann. Also das ist so eine Wechselwirkung. Ja. Und dann bin ich froh gewesen, dass ich mich tatsächlich an dem Tag auch eingewählt habe. Ja, super. Annette? Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wir unterschätzen oftmals die Reaktion der Zuschauer. Die Zuschauer leben mit uns. Sie spüren, wenn es uns nicht gut geht. Und ich hatte zwei, dreimal Situationen, wo es mir wirklich nicht gut geht. Und bei der einen habe ich sogar geweint, aber es ist egal. Und dann rief mich wirklich eine Zuschauerin an und hat über eine Stunde mit mir geredet, hat mich aufgebaut. Dann sage ich, ich war also total irritiert, bin jetzt eigentlich auch jetzt beim Erzählen noch sehr berührt. Und dann sagt sie, wissen Sie, Sie haben mir so oft geholfen. Jetzt bin ich einfach mal für Sie da. Also die Situation kann man auch erleben. Ja, das ist schön. Und das fand ich irgendwo, also wie gesagt, ich bin jetzt noch berührt davon. Ja, ja, ja. Christel? Ja, das stimmt. Man kann nicht jeden Tag volle Bauern geben. Das ist nicht normal. Nur es gibt auch Situationen, und ich glaube, das werdet ihr auch machen. Wenn es wirklich nicht geht, wählt sich niemand von uns ein. einfach, weil man, oder da muss schon wirklich irgendeine Verkühlung oder irgendetwas sein. Also ich spreche jetzt nicht von privaten Problemen. Aber wir machen das eigentlich gleich mit Liebe, mit wirklich, mit voller Kraft. Ich kann nicht sagen Kraft, ich mache es gerne. Ja. Aber es hat mir auch schon Situationen gegeben, wo ich gesagt habe, ich logge mich nicht ein. Es geht heute nicht, weil es ein bisschen turbulent war. Das ist einmal so, ja. Und ich finde, für mich persönlich, ist es korrekt. Also das heißt dann... nicht, also wenn ich einen Tag habe, wo ich wirklich spüre, es ist sehr selten, aber es kommt vor, es war heuer so, also ihr wisst es, wo ich gesagt habe, nein, ich logge mich nicht ein, ich bringe die Energie nicht auf, weil ich mit mir selbst nicht ins Reine komme. Dann logge ich mich nicht ein. Aber wenn ich schon mal müde bin, oder wo es so Tage gibt, man kann ja nicht jeden Tag lustig sein, und du hast nicht jeden Tag, oh ja, du schon. Muss ich dich vorher anrufen? Aber es ist schön, die Beratungen sind schön, und es ist ein schönes Gefühl, so wie der Ager schon gesagt hat, wenn der Anrufer oder der Anrufer sagt, ja, das stimmt, und das ist so, es war jetzt erst bei der Live-Sendung drüben, wo ich dann herzlich mit der Anruferin drüben gelacht habe auf KDF-Kanal, Telemedial, wo es gesagt hat, ja, das stimmt, sie haben das sofort richtig erkannt. Ich habe gesagt, war das ein Test? Da hat sie gesagt, nein, nicht richtig, aber doch. Und super, hat sie gesagt, ja, stimmt, und alles, was Sie mir gesagt haben, und auch solche Gespräche gibt es. Das heißt eigentlich auch einfach, dass wir Verantwortung übernehmen für uns selbst, in welcher Energie wir sind, und dass wir natürlich selbstverständlich vor einer Beratung immer prüfen, bin ich ausgeglichen, bin ich in meiner Energie, oder schleppe ich einfach irgendetwas mit mir rum. Wolfgang? Also ich habe auch, bei mir gibt es auch die Feststellung, dass ich also manchmal Beratungen anfange, wo das, ja, wo Angst vorherrscht, selbst, also wo die, die Selbstwertgefühle sehr nieder sind, und das baut sich dann im Laufe des Gesprächs so auf, dass wenn wir uns verabschieden, also bei vielen Leuten, oder, dass dann einfach gelacht wird, also ich habe dann in die Leute so viel Lebensfreude hineingepowert, dass sie mit mir gemeinsam lachen können, und das ist das eigentlich Schöne an der ganzen Sache, also wenn ich jemanden habe, so erreichen können, dass er so etwas mehr Selbstbewusstsein, etwas mehr Lebensfreude bekommt, dann ist es eigentlich Dank genug, also es ist so, es ist auch das, ich versuche die Leute immer aus einer gewissen Lethargie herauszureißen, ihnen auch Möglichkeiten aufzuweisen, auch dass sie für sich selbst einstehen, und das ist das Wichtige, wenn sie dann den Bauer haben, dann auch mal loslaufen lassen, auch wenn es nicht gleich gut geht, aber es geht doch in den meisten Fällen. Ja, Christel? Jetzt sind wir bei dem Thema, dass der Herr Hornauer immer sagt, geben und nehmen, das heißt, gute Energie rüberbringen, der Anrufer nimmt und wir geben, und das soll gut sein, Absolut. Das ist jetzt heute Abend nicht unser Thema, sondern ich weiß, es ist klar, ich weiß, aber heute Abend sprechen wir an, die Energien, das Klima, das wir wirken lassen, oder das wir spüren, bei den Beratungen, und dass wir auch versucht haben, hier heute Abend immer wieder zu spüren, zu fühlen, nämlich, dass wir alle geführt sind, dass wir um Hilfe durch die Engel gebeten haben und das auch im Moment wieder tun und dann auch spüren, dann auch in dieses Gefühl reingehen, dass die Führung da ist. Ja, liebe Zuschauer, bisher war das meines Erachtens eine sehr runde Sache, wir haben sehr schönes Feedback von Ihnen bekommen, ich von meiner Seite muss auch sagen, ich habe hier viel gespürt, viel empfunden, viel gefühlt und vorhin unsere liebe Elena, die angerufen hat und gesagt hat, das ist ein schönes Thema, auch das habe ich so empfunden, ich weiß nicht, wie ist es euch ergangen bis jetzt bei diesem Thema, Engel und Ja, Frage? Ja, wie gesagt, das Thema der Engel berührt mich schon sehr, sehr lange, weil ich selbst Erfahrungen auch gemacht habe damit und deswegen war das heute eigentlich auch ein Thema von mir, wo ich also auch mal etwas zu sagen konnte und etwas über die Engel, die ich gespürt habe oder noch in mir spüre, jeden Tag und das ganz besonders, wenn man ja so ein bisschen ruhiger wird am Tag, wenn der Abend zu Ende geht und man sitzt zu Hause, dann spürt man die Energie wieder und man lädt sich dann auf mit dieser Energie für den nächsten Tag und diese, dies bekommt mich nur durch die Engel ganz einfach und ich habe gesagt, ich fühle es, dass ich mehrere Engel habe. Ja, vielleicht eigentlich sehr schön, was er sagt, nämlich er spricht so das Ende eines Tages an und den Anfang eines Tages, also ich für mich kann sagen, dass ich immer ganz kurz bevor ich einschlafe, nochmal diesen Tag Revue passieren lasse und in meine Beratungen nochmal reingehe, jetzt nicht ins Detail, aber so die Übersicht und dann auch ganz konkret mich bedanke bei der Hilfe, die ich empfunden habe, die ich empfangen habe und hier auch ganz konkret alle mit einbinde, die mitgewirkt haben und da ist es bei mir genauso, ich weiß, dass es immer mehrere oder sogar viele Engel sind, die anwesend sind bei diesen Beratungen und die sind mal mehr, mal weniger präsent, das kommt bei mir immer sehr darauf an, mit wem ich gerade zu tun habe oder was ich gerade tue. Also ich sage mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand anruft und es geht um eine familiäre Situation, dann weiß ich, da sind viel mehr Engel anwesend als nur einer oder zwei. Liebe Zuschauer, in wenigen Sekunden gehen wir noch einmal in eine kleine Engelmeditation und danach geht natürlich unser Programm hier weiter. Wir haben noch eine Frage offen, die wir nachher behandeln möchten. Dieses Thema, glaube ich, haben wir sehr schön behandelt, nämlich die Frage, Menschen in Extremsituationen, ob positiv oder negativ, hauptsächlich im Moment hier negativ, wie können wir denen helfen? Wir haben hier einiges an Essenz herausgeholt, wir haben einiges gefunden, Sie hören jetzt dann gleich noch einmal unsere Melodie und wir danken Ihnen bis hierhin fürs Zuschauen. Ja, Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder. Wir haben uns um die Pyramide versammelt. Sie kennen das aus den vergangenen Tagen. Wir sammeln die Energie hier an der Pyramide und geben sie an sie weiter und danach bitten wir sie sich auf die Pyramide zu konzentrieren und nehmen dann ihre Energie auf. Wir haben die Kamera. Gehen wir auf die 5? Jawohl. Okay. Beim nächsten Mal gehen wir in den Kran bitte. Dankeschön. Und ein drittes Mal. Dankeschön. So liebe Zuschauer, das war hier bei uns und Sie sehen das gleiche jetzt im Service Center, die Ihnen auch Energie geben durch durchgeben. So liebe Zuschauer, das war hier. Liebe Zuschauer, jetzt bitten wir Sie darum, sich auf die Spitze der Pyramide zu konzentrieren. Wir möchten gern Ihre Energie aufnehmen und damit einen Ausgleich herstellen. Kann man vielleicht die Spitze der Pyramide ein bisschen reinnehmen? Dankeschön. Okay? So, Dankeschön. Wir gehen zum Tisch. Wir gehen nochmal ins Servicecenter, liebe Zuschauer. Dankeschön. Danke. 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 Meine Frage ist mir fremd, die das Leben so aufwirft. rufen Sie mich an, ich freue mich darauf. Dankeschön, Christel, die Nele. Ja, hallo. Mein Name ist Nele. Ich begrüsse Sie sehr herzlich. Ich bin spirituelle Lebensberaterin für seelische und körperliche Tiefs. Aus diesen Tiefs würde ich Sie gerne abholen, mit Hilfe meiner Seelenastrologie. Danke schön, Nele. Dann haben wir die Annette. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Annette Helmer. Ich bin Heilerin, Markierin und Mystikerin und berate heute in allen Fragen, die das Leben so mit sich bringen. Dankeschön, Annette. Arge? Wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Arge Wolter. Ich lege schon seit 21 Jahren die Lenormo-Karten mit dem Schwerpunkt Liebe Partnerschaft und dem Thema Diät. Selbstverständlich können Sie mich auch zu allen Lebenssituationen befragen. Ich freue mich. Ja, hier ist Wolfgang Weltin. Ich lege die mystischen Lenormo-Karten in den Bereichen Liebe Partnerschaft und Beziehungen. Das sind meine Themenschwerpunkte meistens. Aber ich berate auch in Finanzdingen, Beruf, auch in anderen Problemfällen. Also das Übliche, wo sie eigentlich Probleme haben. Rufen Sie mich an. Ich freue mich auf Ihren Anruf. So, und dann haben wir eine neue Beraterin hier bei uns in der Runde. Sie ist gerade dazugekommen. Das ist die Laia. Ja, guten Tag, guten Abend, liebe Zuschauer. Hier ist die Laia. Ich habe seit zehn Jahren Erfahrung im Bereich der meditativen Lebensberatung. Ich berate Sie heute Abend mit meiner Hellsicht und zusätzlich mit den Lenormo-Karten. Und meine Spezialgebiete sind Inneres Reisen und auch die Bereiche Karma. Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Dankeschön, Laia. So, dann haben wir hier noch die Jenny mit bei uns am Tisch sitzen. Sie vertritt hier die Produktionsfirma, die B2C. Und sie kommt aus dem Service Center und ist hier verantwortlich als Koppelstelle zwischen Ihnen, liebe Zuschauer, und unseren Beratern. Sie ist Kompetenzmanagerin. Das heißt, sie weiß, wo sie ihre Fragen am besten hinlenkt. Und hier heute Abend vertritt sie eben diese Kompetenzmanager bei uns hier am Tisch. So, vielleicht ein kleiner Hinweis für Sie, liebe Zuschauer. Unser A.G. Wolter ist um 21.30 Uhr für Sie nachher erreichbar. Er wird uns dann hier am Orange Table verlassen und geht zur Beratung. Sie können sich gerne einloggen und ihm dann ganz fleißig wie bisher die Fragen stellen. Auch die anderen Berater können Sie dann erreichen. Wir sind hier im Primetime Studio dann für Sie unterwegs. Und wenn Sie Fragen haben, die Sie nicht offiziell stellen möchten, dann rufen Sie gern nachher hier bei uns an. So, vielleicht spreche ich an der Stelle nochmal ganz kurz an, worum es bei uns in den vergangenen Tagen hier bei dieser Sendung geht. Wir kreieren das Mehrwertfernsehen. Der Herr Thomas Hornauer ist der Erfinder dieses Fernsehens. Und wir möchten Ihnen hier eine völlig neue Dimension von Fernsehen vorstellen. Es geht darum, dass wir Ihnen hier Energie in Form unseres Wissens, in Form unserer Erfahrungen mitgeben. Und dass Sie, liebe Zuschauer, davon profitieren können und hier im Energieaustausch wieder zu uns zurückkommen. Wir haben hier heute Abend ein Thema. Das Thema, das wir im Moment anschneiden, ist, was ist das Geheimnis des esoterischen Wissens? Es ist nicht ganz so umfangreich wie das erste Thema, das wir hier heute Abend hatten. Wir haben ja, Sie können sich erinnern, liebe Zuschauer, in den vergangenen Tagen schon über Esoterik gesprochen. Der Begriff Esoterik. Und insofern ist es eine Erweiterung. Also im Prinzip stecken hier zwei Fragen drin. Es geht einmal um esoterisches Wissen und es geht um die Frage, gibt es da ein Geheimnis? Was bedeutet Geheimnis des esoterischen Wissens? So, jetzt frage ich mal so in die Runde hier. Hat jeder, jemand oder jeder schon erfasst, worum es hier geht? Hat jeder schon Kontakt zu diesem Thema bekommen? Ich sehe hier so ein bisschen Schulterzucken. Ja, gerne. Also für mich ist das Thema esoterisches Wissen im Grunde genommen kein Geheimnis, sondern im Grunde genommen ist das, was jeder Mensch in sich trägt, das Wissen. Und es bedarf einfach einer gewissen Zeit in der Entwicklung, bis dass man an dieses Wissen wieder drankommt. Okay, danke, Laia. So, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen. Wir haben unsere Telefone schon reinbekommen. Da sehen Sie sie. Und Sie können jetzt bereits anrufen, können sich jetzt bereits einloggen lassen, wenn Sie nachher Ihre Fragen an uns haben. Ja, Thema esoterisches Wissen und als Frage hierzu, was ist das Geheimnis des esoterischen Wissens? Also das esoterische Wissen, dabei geht es um einen Wissensschatz, um einen meines Erachtens jahrtausendealten Wissensschatz. Der Begriff Esoterik mag modern geprägt sein. Der eine oder andere hat auch gewisse Schwingungen, die er damit verbindet. Aber letzten Endes geht es um einen uralten Wissensschatz, deren wir uns hier bedienen, den wir anwenden, wir als Berater, jeder in seinem Bereich. Und in dem Zusammenhang gibt es schon immer diesen Mythos eines Geheimnisses, eines Geheimnisses um dieses Wissen. Sie erinnern sich vielleicht aus Büchern oder auch aus Filmen, dass die alten Magier ihr Wissen immer nur von Person zu Person weitergegeben haben, also nicht groß veröffentlicht haben, sondern dieses Wissen immer nur unter vier Augen weitergegeben haben. In unserer modernen Zeit ist es bei mir so, dass ich häufig gefragt werde von meinen Anrufern, ich gehe einen spirituellen Weg, ich habe da was gefunden für mich und jetzt spreche ich die Leute bei mir in der Umgebung an und auf einmal kommt da Widerstand. Auf einmal wenden sich welche von mir ab oder die sagen, ist doch alles Quatsch, ist doch alles Humbug, was du da erzählst. Also die Frage kommt sehr häufig. Und ich möchte hier in der Runde anregen, das Geheimnis des esoterischen Wissens auch in Bezug zu nehmen auf die Frage, wie geht man mit esoterischem Wissen um im eigenen Bereich? Also wie geht man her und geht seinen esoterischen Weg und versucht das in seinem Umfeld bekannt zu geben oder in seinem Umfeld zu integrieren? Für mich steckt die Frage nach dem Geheimnis des esoterischen Wissens sehr viel in dieser Frage drin. Also nicht im Sinne von Geheimnis, da muss man ein Geheimnis draus machen oder es ist etwas Geheimnis, sondern die Frage, wie gehe ich in meinem Umfeld damit um? Behalte ich es für mich? Schaffe ich es, diesem Druck standzuhalten? Und das Neue, das mir widerfährt, und wir haben ja vorhin zum Beispiel Engel und ihre Energien angesprochen, wir haben selber in der Sendung darum gebeten, dass wir Unterstützung von den Engeln bekommen und wir haben es erfahren. Und, Laia, du warst vorhin noch nicht da, also wir haben konkret Engel gebeten, hier bei uns unterstützend zu wirken und haben dann auch, sind dann kurz in uns gegangen, haben ein sehr schönes Lied laufen lassen und eine Melodie und das haben wir gespürt. Und wenn jetzt jemand neu in diesen Bereich reingeht und der platzt ja, also ich habe das erlebt, ich habe es selber erlebt und ich weiß das auch von meinen Fragern, von meinen Kunden, dass man da richtig platzt, man will sich mitteilen, man will sagen, was man erlebt und dann tut man es und dann, gong, gibt es einen über die Rübe. Weil es einfach noch viele Menschen gibt, die damit gar nichts anfangen können. Und ich möchte einfach mal anregen, dass wir das Geheimnis auch so verstehen und in dieser Runde darüber sprechen. Ist es so vielleicht etwas verständlicher? Christel? Ich habe schon verstanden, was du gemeint hast und es ist stimmig, es stimmt. Wenn man in diese Materie eintaucht, wenn ich es so nennen darf, hat man ja mit Gleichgesinnten zu tun. Und das eigene Umfeld ist ja skeptisch und sagt, na geht du bitte mit den Karten und so. Nur, es ist dann so, dass man sagt, geh, kannst du mir nachschauen? Und so beginnt es. Und dann sagt man, ja, du hast ja wirklich recht gehabt. Und ich stehe dazu, auch wenn am Anfang jemand gelächelt hat oder etwas abgetan hat, man kommt auf einen zu und sagt, bitte, schau mal nach, oder was sagst du? Man überzeugt die Leute, aber nicht, weil man ihnen das aufzwingt. Man steht zu der Sache und sagt, ich bin in diesem Bereich tätig, ich interessiere mich dafür, ich stehe dazu, ich glaube an Engel, ich glaube an die Kräfte. Und damit überzeuge ich auch nicht mit aufdrängen, sondern mit der Fragestellung, die dann kommt und sagt, kannst du mir nachschauen, wie geht das weiter oder wie geht das aus? Und das ist dann noch Überzeugung. Naja? Ja, also ich muss sagen, meine Erfahrungswerte in den letzten zehn Jahren in der Lebensberatung und auch im spirituellen Wegbegleitung sind so, dass jeder irgendwo mal anfängt, das zu spüren. Und ich habe halt festgestellt, dass auch derjenige, der das spürt, erst mal eine gewisse Entwicklung machen muss, um überhaupt sich zurücknehmen zu können, die anderen nicht damit überfahren und lernen muss, die Dinge einfach erst mal ihren Weg gehen zu lassen. Und das ist so ein gegenseitiges Herantasten. Und erfahrungsgemäß ist es auch so, dass die Freunde, die man hat, dass davon dann also eigentlich auch nur noch wenige bleiben, weil die dann merken, man verändert sich. Und so wechselt auch der Freundeskreis. Und man trifft dann immer eher wieder auf die Leute, denen es genauso geht wie uns, wie du schon gesagt hast. Und die Phasen kommen und gehen. Das ist das Faszinierende daran. Also in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch, gerade was die Laia gerade gesagt hat, den Begriff Einweihungsweg mal bringen. Es ist ein Weg der inneren Einkehr. Also es geht, jeder von uns hat es erfahren, wir haben es oft genug auch von anderen Menschen gehört, man geht diesen neuen Weg und spürt einen unwahrscheinlichen Druck, damit nach außen gehen zu wollen. Aber genau das muss man vermeiden. Genau das darf man nicht tun. Es geht darum, einen inneren Weg zu gehen und diesem Druck standzuhalten. Und für mich ist das der eigentliche Umgang in dieser Geschichte mit diesem sogenannten Geheimnis. Also es geht nicht darum, dass das ein Wissen ist, das nicht jeder haben darf und ein Geheimnis ist, sondern es geht darum, dass man dieses Wissen im Geheimen sich aneignet und dem Druck, man widersteht, nach außen damit zu treten, nach außen, ich übertreibe es jetzt mal, zu prahlen, welche Erfahrungen man schon gemacht hat. und es ist ein Reifungsweg, eine Reifung der Persönlichkeit, damit umgehen zu können und nicht belehrend, weil oft ist das so, belehrend dann auf andere zuzugehen und zu sagen, ich habe was erfahren und ich habe Engelkontakte, ich habe Engelkontakte und hast du auch schon Engelkontakt? Also genau so soll es nicht sein, sondern es geht darum, dass man dieses Wissen nach innen kehrt. Ja, liebe Zuschauer, im Prinzip haben wir hier unser Thema schon gefunden, das Geheimnis haben wir erörtert, ich darf Sie jetzt noch mal auffordern, sich einzuwählen. Wenn Sie den Aage sprechen möchten, er ist gleich dran, in wenigen Sekunden und auch wir hier stehen zu Ihrer Verfügung. Also bitte stellen Sie uns Ihre Fragen, vielleicht zu dieser Sendung, vielleicht um die Themen dieser Sendung, aber natürlich wie auch immer, liebe Zuschauer, zu den eigenen Themen, zu Ihren Brennpunktthemen, zu Ihrem Leben. Da stehen wir wie gewohnt für Sie zur Verfügung und wir freuen uns, wenn Sie sich recht rege heute Abend hier bei uns einwählen, Ihre Fragen stellen, uns fordern. Wir möchten gefordert werden und wünschen Ihnen jetzt noch hier mit uns einen sehr schönen Abend, einen gemeinsamen Abend und gemeinsam in dieser Energie, in diesem Fühlen, wie wir es heute Abend hier empfunden haben. Wir danken ganz herzlich für Ihre Energie, die Sie uns hier heute Abend gesendet haben, gespendet, gegeben haben. Wir haben Sie empfunden. Sie waren bei uns, war ganz deutlich zu spüren und ja, vielen Dank und wir freuen uns jetzt auf Ihre Anrufe. Tschüss.